Katja, was würdest du sagen, inwiefern haben die Sozialsysteme funktioniert oder nicht funktioniert in Zeiten der Pandemie? Die Corona-Krise hat ganz klar die bestehende soziale Ungleichheit noch mal verschärft. Und die Sozialsysteme haben nicht funktioniert für die Ärmsten, weil die waren alleine mit der Frage, wie decke ich jetzt die Corona-bedingten Mehrausgaben für Masken, Desinfektionsmittel und so weiter ab. Sie haben überhaupt nicht funktioniert für Wohnungslose, für die der Spruch bleibt doch zu Hause eher wie ein Hohn klingt. Und man muss sagen, die Sozialsysteme hatten keine Antwort für freischaffende Soloselbstständige. Die haben vielleicht Betriebskosten bekommen. Und das ist ein Problem. Und ich würde sagen, eine Lehre aus der Corona-Krise ist, wir brauchen wirklich soziale Garantien, die sicherstellen, dass niemand in Armut fällt. Ich verstehe nicht, wie eine Regierung 9 Milliarden für Lufthansa locker machen kann. Aber in der Frage, wie sichere ich ab, dass Kinder, die zu Hause nicht so eine Unterstützung erfahren, dass die sozusagen mehr Rückenwind bekommen, dass sie die nicht mit dieser Entschiedenheit in Angriff nimmt. Bietet denn die jetzige Situation auch eine Chance? In so einer Krise kann in der Tat auch eine Chance liegen, weil ich finde, jahrzehntelang hat man der Gesellschaft eingepläut, dass der Markt alles besser macht, dass der Staat nur schlanker werden muss, überall gespart werden muss. Und auf einmal merken wir, dass sozusagen der Markt mitnichten alles regelt. Also alles, was nach mehr Gier, Geiz und noch mehr Markt tricht, werden wir diesen Weg aus der Krise nicht finden. Und ich finde, wenn wir die richtigen Konsequenzen aus dem Corona-Schock ziehen wollen, dann muss jetzt klar sein, nicht der Markt regelt das von alleine, sondern wir regulieren den Markt neu. Und wir sorgen dafür, dass die öffentliche Hand, das beginnt zum Beispiel bei den Gesundheitsämtern, dass die viel besser ausgestattet werden finanziell. Und ich finde, es muss auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass es jetzt wirklich soziale Garantien gibt. Die nüchterne Pessimistin in mir sagt natürlich auch, es kann nach der Bundestagswahl eine ganz schreckliche Entwicklung geben, wenn nämlich die Union weiter in der Regierung bleibt und am Ende sämtliche Krisenkosten auf den Ärmsten, auf den Beschäftigten, auf der Kultur und auf der Bildung abgeladen werden. So zugleich aber wiederum würde ich sagen, wir haben halt auch die Chance, soziale Mehrheiten links der Union zu schaffen. Und die muss man dann auch nutzen, um wirklich was umzusetzen, um die vielen tollen Initiativen, die es auch aus der Zivilgesellschaft heraus gibt, aufzugreifen und die in einem guten Wechselspiel zwischen Bewegung und anderen Mehrheiten im Parlament dann umzusetzen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020